So Leute und herzlich willkommen zurück zu dem dritten Tag mit einer Deckvorschau von einem Donner Deck. Ja, ich freue mich richtig drauf euch dieses Replay zu zeigen. Es geht, kurz erklärt, es geht eigentlich nur darum, Donnerseepferd ist ein gutes Beispiel, zwei neue Donnerkarten rauszuholen, dann dementsprechend mehrere Beschwerungen gleichzeitig zu machen, wie zum Beispiel Plünderer Hauptmann ist auch ein Beispiel dafür, und dann einfach sofort aus Synchron zu gehen. Ich zeige euch dann jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß, alle Beschreibungen, Downloads etc. gibt es wieder in der Beschreibung und have fun! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.